Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fleck. Ich bin Leiter der Klinik für Rheumatologie und Klinische Immunologie am Asklepios Klinikum Bad Abach. Uns erreichen weiterhin viele Nachfragen bezüglich der Coronavirus-Impfung. Deshalb soll in diesem Podcast dieses Thema aufgegriffen werden und unseren Patientinnen und Patienten aktuelle Informationen zum Thema Coronavirus-Impfung gegeben werden. In einem ersten Podcast wurden bereits die Grundlagen der Coronavirus-Impfung vorgestellt und die verschiedenen Impfstoffe besprochen. Auf diese Grundlagen soll jetzt in diesem Podcast nicht mehr detailliert eingegangen werden. Wer hierzu grundlegende Fragen hat, der sei auf diesen ersten Podcast verwiesen, der auch über die Webseite des Asklepios Klinikum Bad Abach angewählt werden kann. Eine der häufigsten Fragen zum Thema Coronavirus-Impfung betrifft die Sicherheit. Immer wieder fragen Patientinnen und Patienten, ob sie sich mit ihrer rheumatischen Grunderkrankung überhaupt gegen das Coronavirus impfen lassen sollen. Hierzu ist festzuhalten, dass es bisher keine Studiendaten gibt, die die Verträglichkeit und Sicherheit dezidiert bei Patientinnen und Patienten mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen untersucht hat. Es ist vielmehr so, dass gerade Patienten mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen und Immunsuppression aus den großen Zulassungsstudien ausgeschlossen waren, sodass in diesen Zulassungsstudien nicht Daten gewonnen werden können, die für unsere Patientinnen und Patienten repräsentativ sind. Deshalb sind bisher nur eine begrenzte Anzahl von Patienten mit Autoimmunerkrankungen gegen das Coronavirus geimpft worden. Allerdings gibt es jetzt erste Kohortenstudien, die zeigen, dass auch Patientinnen und Patienten mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen sicher gegen das Coronavirus geimpft werden können. In diesen kleinen Fallserien waren keine neuen Sicherheitssignale aufgetreten und was ganz besonders wichtig ist, es wurden auch keine akuten Schübe der Grunderkrankung ausgelöst durch die Coronavirus-Impfung beobachtet. Zudem konnte auch bei den Patientinnen und Patienten mit Immunsuppressivtherapie positive Antikörpertiter gegen das Impfprotein, das Spike-Protein, bestimmt werden, sodass auch unsere Patientinnen und Patienten von dieser Impfung profitieren dürften. Hinsichtlich der Sicherheit ist auch darauf hinzuweisen, dass alle in Deutschland zugelassenen Coronavirus-Impfstoffe sogenannte Totimpfstoffe sind, die eben auch bei Patienten mit Immunsuppressivtherapie oder geschwächtem Immunsystem zum Einsatz kommen können. Eine weitere wichtige Frage dreht sich um den Vorteil eines Coronavirus-Impfstoffes gegenüber anderen Impfstoffen. Also die Frage, gibt es einen besonders geeigneten Coronavirus-Impfstoff für Patientinnen und Patienten mit rheumatischen Erkrankungen. Hierzu ist festzuhalten, dass es basierend auf den Daten der in Deutschland verfügbaren SARS-CoV-2-Impfstoffe derzeit keine krankheitsbedingte Präferenz für einen bestimmten Coronavirus-Impfstoff gegenüber einem anderen gibt. Es wird deshalb empfohlen, dass Patienten mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen jeden verfügbaren Impfstoff erhalten sollten, wobei jedoch die STIKO-Empfehlungen zu berücksichtigen sind. Hier hat sich jetzt eine wesentliche Änderung im Vergleich zum ersten Podcast ergeben, da nach den neuesten STIKO-Empfehlungen der AstraZeneca-Impfstoff nur noch bei Personen über 60 Jahren eingesetzt werden sollte. Ursache für diese Änderung ist die Beobachtung, dass bei AstraZeneca-geimpften Patientinnen und Patienten in seltenen Fällen thrombotische Ereignisse aufgetreten sind. Bei bisher ca. 25 Millionen Menschen, die mit dem AstraZeneca-Impfstoff, wie in den Medien sehr ausführlich berichtet wurden, in mehreren europäischen Ländern sehr seltene Ereignisse eines gleichzeitigen Auftretens einer Thrombozytopenie, das sind erniedrigte Blutpländchen mit einer Sinusvenenthrombose, das sind Blutgerinnsel in den Venen, die das Blut des Gehirns sammeln und in die Halsvenen weiterleiten, an die Arzneimittelüberwachungsbehörden gemeldet, wobei ein zeitlicher Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung bestand. Bei weltweit ca. 25 Millionen mit diesem Impfstoff geimpften Menschen sind diese beobachteten Fälle tatsächlich Einzelfälle. Wichtig ist, dass das Auftreten dieser seltenen Ereignisse nicht an die üblichen Risikofaktoren für thromboembolische Ereignisse gekoppelt war, also z.B. Übergewicht, Nikotinkonsum oder orale Antikonzeption. Vielmehr scheint eine seltene Immunreaktion ausgelöst durch den AstraZeneca-Impfstoff die Ursache zu sein, die dazu führt, dass in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auftreten können. Da diese sehr seltene Nebenwirkung hauptsächlich bei jüngeren Patientinnen beobachtet wurde, wurde von der STIKO die Impfempfehlung dahingehend geändert, dass der AstraZeneca-Impfstoff jetzt bei über 60-Jährigen eingesetzt werden sollte. Nach bisherigem Kenntnisstand kann dieser Impfstoff deshalb auch bei Patientinnen und Patienten mit rheumatischen Erkrankungen und einem Lebensalter über 60 Jahre eingesetzt werden. Eine weitere Nachfrage betrifft die durchgemachte Covid-19-Erkrankung. Die Frage nämlich, ob Patientinnen und Patienten nach einer Coronavirus-Infektion trotzdem eine Impfung durchführen lassen sollten. Da nach einer Covid-19-Erkrankung zum Teil rasch abnehmende Antikörpertäter festzustellen waren, gilt die Empfehlung, dass sich auch Patientinnen und Patienten nach Covid-19-Erkrankung impfen lassen sollten. Im Gegensatz zur eigentlichen Virusinfektion wird durch die Coronavirus-Impfung eine langdauernde Immunität induziert, die über mehrere Monate anhält. Deshalb ist auch diesen Patientinnen und Patienten zu einer Coronavirus-Impfung zuzuraten. Als weiterer wichtiger Punkt wird die mögliche Änderung der Immunsuppressiven Therapie während oder nach der Impfung angesprochen. Aus grundsätzlichen Überlegungen zur Effektivität einer Impfung sollte die Immunsuppression zum Zeitpunkt der Impfung zwar so gering wie möglich sein. Demgegenüber muss aber das Risiko abgewogen werden, dass es durch eine Reduktion der Immunsuppressiven Therapie zu einer akuten Exzerzervation der Grunderkrankung, damit möglicherweise Gefährdung der Patientinnen oder des Patienten kommt. Eine generelle Pause der Basistherapeutika kann deshalb nicht empfohlen werden. Auch gibt es bisher zur Coronavirus-Impfung noch keine Studiendaten, die den Einfluss der Immunsuppressiven Therapie auf die Impfantwort detailliert untersuchen. Allerdings gibt es andere Impfungen, die bereits im Kontext Immunsuppressiver Therapien analysiert wurden. Das American College of Rheumatology, das ist die wissenschaftliche amerikanische Fachgesellschaft, hat deshalb Empfehlungen ausgesprochen, die in Einzelfällen bei sehr stabilen Patienten angewendet werden können. Es ist aber ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass bei den Patientinnen und Patienten eine sehr stabile Krankheitsphase vorliegen muss und individuell das Risiko für eine Reaktivierung bzw. Exzerzervation der Grunderkrankung abgewogen werden muss. Eine Anpassung der Basistherapie bzw. Immunsuppressiven Therapie kann deshalb nur im Einzelfall und in Rücksprache mit der behandelnden Rheumatologin oder dem behandelnden Rheumatologen getroffen werden. Die Empfehlungen des American College of Rheumatology für eine Therapieanpassung betreffen nur wenige immunsuppressive Substanzen. Für die Mehrzahl der Therapeutika ist keine Therapieanpassung empfohlen. Eine besondere Ausnahme ist hier das Rituximab, da durch eine B-Zell-Depletion mit Rituximab eine langfristige Einschränkung der Impfantwort induziert wird. Die Indikation für eine Rituximab-Therapie ist deshalb streng zu prüfen und wenn diese unerlässlich ist, dann sollte die Coronavirus-Impfung idealerweise circa fünf bis sechs Monate nach der letzten Rituximab-Infusion durchgeführt werden, damit eine ausreichende Immunantwort erzielt werden kann. Grundsätzlich gilt, dass unter einer immunsuppressiven Therapie möglicherweise Einschränkungen bei der Impfantwort auftreten können, weshalb möglicherweise Nachimpfungen vorgenommen werden müssen. Damit bin ich jetzt am Ende des Podcasts angelangt. Ich hoffe, dass ich Ihnen die eine oder andere wichtige Information mitteilen konnte. Sollten Sie oder Ihre Angehörigen weitere Fragen zu dem Thema Coronavirus-Impfung haben, stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen und auch ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung, um im persönlichen Gespräch individuell die Fragen zu beantworten. Ich möchte mich für Ihr Interesse bedanken. Auf Wiedersehen!